So, gut und meine Freunde, willkommen zum neuen WBE Supercard Video aus dem Stream. Ihr seht schon, die neuen Karten sind reingekommen. Wir haben heute nochmal eine Rhea Ripley und einen Damien Priest gekriegt. Und die Rhea Ripley sieht schon mega gut aus. Klar, wir hätten ja die Möglichkeit hier im Pack, hier ist der Damien Priest drin, wieder mit einer 8% Chance. Das heißt, theoretisch, rein mathematisch müsst ihr 13 Packs aufmachen, um einen zu kriegen. Und selbst wenn ihr 13 aufmacht, ist es halt nicht garantiert, dass ihr einen kriegt. Darum, ich werde nicht in die Packs gehen. Wir sind am Ende von der Stufe. Es ist noch nichts bestätigt, ob jetzt wirklich am 31. die neue Stufe kommt oder nicht. Aber ich gehe immer noch davon aus. Und darum dachte ich mal, versuchen wir mal Build a Pack. Ich habe noch nie im Leben Build a Pack gemacht und ich hoffe auch ihr nicht. Jetzt habe ich den Monat noch kein einziges Mal Pack oder Credit geöffnet. Ich kriege hier ein paar Credits. Auch wenn mein Kontostand da jetzt ein bisschen niedrig ist, dachte ich, komm, gehen wir einfach mal rein und gucken, was Build a Pack ist. Ich schiebe mal mein Build, aber erstmal schön. Und mal gucken, wie viel Geldverschwendung das ist. Aktuell, sage ich euch, ist da noch ein Bug drin bei der Prozentanzeige. Hier unten ist natürlich nicht die Chance 121% und bei Damien Priest 32.500%. Und guck mal, Bulli aus dem Chat schreibt gerade, ich kann die Zahl gar nicht sagen, 880.188.432% Chance. Also das läuft bei ihm, aber es ist wirklich nicht. Ich habe letztes Mal auch gedacht, der Bug ist doch bestimmt nicht real und man hat die Chance, aber nein, hat man nicht. Wir machen einmal Build a Pack und gucken, wie es funktioniert. Müssen wir auf Sina hören. Ich sehe hier, dass dies und das erste Mal ist, dass du ein Build a Pack kaufst. Und ja, hier sind ein paar Infos zum Anfang. Wähle Karten, um weitere einzigartige Packs zu kreieren, nur für dich. Vermeide Schlagkarten, denn diese beanspruchen einen Platz. Wenn du Glück hast, findest du vielleicht ein Glücksradkarte, die dir die Chance besser wird. Aber einer der besonderen Glücksradbelohnungen ist doppelter Multiplikator. Wenn du deinen zweiten... Aha, ja, ja, okay. Okay, also. Und ich sage es nochmal, selbst wenn ich hier Glück haben sollte, wovon ich nicht ausgehe, geht einfach nicht in solche Modis. Das ist viel zu teuer. Wir haben 200 Credits zurückgeholt. Also 200. Ich hoffe, dass ich das safe kriege, was ich hier rauskriege. Wie gesagt, ich weiß es nicht. 250 Credits zurückgeholt. Komma, da liegen doch auch irgendwie 10.000, habe ich auf dem Ding gesehen. Wow, eine Arcan-Karte. Eine Arcan-Karte. 250 Credits und eine Arcan-Karte. Was ist das? Fantastisch. Ist das das Glücksrad? Ich weiß immer noch nicht. Okay, hier ist... Ne, der Finn Baler drauf. Den habe ich ja noch nicht einmal. Wo wollten wir hin? Was ist das hier? 10.000. Also 10.000 ist schon lecker. Das hier ist davor halt eine dumme Single Wrestlemania Standardkarte. Wir gucken mal. 10.000. Kann ich Stop drücken? Ich kann Stop drücken. Die Frage ist, hört es direkt auf zu drehen oder nicht? Nein, es dreht noch irgendwie nach. Ne, Justin, der Modus ist nicht neu. Okay, das ist halt einer der Pay-to-Win-Odis. Aber wie gesagt, spart euer Geld. Ich muss jetzt sagen, bisher haben wir 750 Credits zurück. Okay, und jetzt haben wir noch einmal, wo wir reingehen können. Also das halt jetzt eigentlich nur... Keine Ahnung, was nehmen wir denn? So was. Und der Schlag, den wir nicht kriegen sollten. Was hast du erhalten? Nicht dich, Ria. Ähm, gut. Also wir haben 1.600 Credits bezahlt und haben 750 Credits zurückbekommen und eine Arcan-Karte. Das heißt, wir haben verblasen 850 Credits in dem Modus. Aber halt auch wirklich gar nichts gekriegt. Hätten wir jetzt noch irgendwie eine andere Karte bekommen, statt den Schlag irgendwas, was brauchbar wäre, hätte ich gesagt, naja, ist irgendwie erträglich. Aber wie gesagt, Leute, guckt euch die Chancen an. Alles unter 1%. Einer geht noch, meinst du? Na, guck mal. Tatsächlich ist hier 200 Credits das Höchste, was drin ist. Und das hier geht halt nur über das Rad. Also die Special Karten, hier oben halt 1%. Und hier unten hat man noch mal eins. Also wie gesagt, geht nicht in solche Pay-to-Win-Modis. Guckt sie euch einmal an und macht euch das Bild. Aber 1600 Credits sind viele Credits, die man besser einlösen kann. Und das hier ist eine Extinction-Karte. Oh, nochmal das Glücksrad. Okay, also wir haben heute Glück. Also hier ist wieder dasselbe Rad. Also es scheint immer gleich zu sein. Wir drehen jetzt. Die 10.000 Credits wären halt schon lecker. Aber man weiß halt nicht, wenn man Stop drückt, dreht das ja noch eine Stunde weiter. Ja, es ist halt sehr random. Okay, 3 Dustpicks. Mal gucken, was da noch vom Board kommt. Hier vielleicht. 4. Dustpick. Wow. 15 Normal-Board-Picks. Okay, die Runde lohnt sich ja wirklich gar nicht. Und den Schlag schon wieder zuletzt. Also Leute, guckt ihr seht, das ist eine Geldverschwendung. Das Bild von Rhea hätte ich sehr, sehr gerne, aber nicht für sowas. Ich würde jetzt sagen, für das Video machen wir gleich noch die paar Dustpicks hinterher. Aber Leute, spart euch den Modus mit Build-A-Pack. Geht lieber, wenn, steckt eure Credits in Events rein, statt in irgendwelche Pay-Modis. Hier ist jetzt gut. Wir sind ja hoffentlich kurz vor der neuen Stufe. Also es wäre, glaube ich, schön, wenn ich dreimal nichts ziehe, um das Board ein bisschen runterzuspielen. Bei 5, 4 würde ich dann abwarten. Und tatsächlich viermal nichts gekriegt und auch noch nicht mal Gutes. Und Leute, das war es halt auch schon mit dem Video. Ich picke mir hier gleich noch munter einen runter. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin. Und ich sage das, wie wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.